Luke Mockridge sorgt bei einer Charity-Gala in Bad Nauheim für eine unerwartete Überraschung. Der Comedian hält eine Laudatio auf Janice McDavid, der den Inklusionspreis erhält. Diesen überraschenden Auftritt hat sein Freund Oliver Pocher eingefädelt, um Luke zu unterstützen. Luke geriet zuvor wegen umstrittener Äußerungen über behinderte Sportler bei den Paralympics in die Kritik. Nun steht er auf der Bühne und würdigt Janice beeindruckende Leistungen im Bereich Inklusion. Janice McDavid ist bekannt für seine inspirierenden Vorträge und außergewöhnlichen sportlichen Erfolge. Er zeigt sich zuerst überrascht von Lukes Anwesenheit bei der Gala. Ich hielt es zunächst für absurd, gesteht er gegenüber der Bild-Zeitung, besonders weil ich mich nach Lukes Podcast-Aussagen deutlich gegen ihn positioniert habe. Die gemeinsame Bühne von Luke und Janice setzt nun ein starkes Zeichen für Versöhnung. Luke erklärt, ich weiß ja, für was ich stehe und wer ich bin. Er sieht die Laudatio als Chance für Annäherung statt für weitere Spaltung. Organisator Oliver Wohlers betont, Inklusion ist keine Einbahnstraße. Wir stehen für Annäherung und nicht für Spaltung. Schon gar nicht für Verachtung. Die Charity-Gala wird damit zu einem Ort der Verständigung und des Miteinanders. Ein unerwarteter Schritt von Luke Mockridge, der zeigt, dass Versöhnung möglich ist. Fans sind gespannt, wie es mit dem Comedian und seiner Karriere weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020